hallo und herzlich willkommen guten morgen zu unserem stream hier im vb-kurs mobile apps für android wir schieben heute noch mal oder wir starten heute noch mal ganz früh in die woche mit einem kleinen extra stream und versuchen heute das fertig zu machen was wir am freitag angefangen haben nämlich unsere kleine mensa app mit der wir uns den speiseplan der mensa der uni regensburg in einer android app anzeigen lassen können wenn sie wollen können sie auch kurz hallo in den chat schreiben ich glaube wir sind heute erfahrungsgemäß in einer etwas kleineren runde unterwegs aber das macht gar nichts wir zeichnen das ganze ja auf und danach können sich dann die leute die heute morgen vielleicht keine zeit hatten das dann auch noch mal im video anschauen also auch an sie die sich das jetzt später anschauen hallo und herzlich willkommen was ich heute mit ihnen vorhaben ist ich möchte die app vervollständigen wir stehen im moment an der stelle dass wir die daten die speiseplan daten von dieser api von dieser http schnittstelle alle in unsere app eingeholt haben wir haben für die fünf wochentage jeweils eine http anfrage gestellt über dieses voli framework und wir müssen jetzt versuchen diese informationen die aktuell schon als jason objects vorliegen also es sind schon java objekte mit denen wir auf die einzelnen eigenschaften des jason zugreifen können umwandeln in die entsprechend vorbereiteten java klassen mit denen wir die informationen innerhalb unserer app darstellen wollen und dann diese informationen auch im user interface anzeigen schauen wir mal ganz kurz was wir dazu machen müssen bzw was der große plan ist noch mal kurz zur einordnung wir bauen diese app die sie da links im bild sehen wir zeigen uns die speiseplan daten der unimenser an in form von einem recycler view mit verschiedenen card views in denen immer der name des gerichtes und die kategorie angezeigt wird wir haben relativ einfache interaktion am anfang wird die wenn diese daten geladen die wir von einer api bekommen das heißt diese speiseplan daten sind nicht hart enkodiert in unserer anwendung sondern die kommen über eine schnittstelle in die anwendung hinein also eine http schnittstelle über dieses voli framework holen wir uns die informationen für die fünf tage wenn die anwendung startet und dann können wir das user interface initialisieren und dafür sorgen dass wenn die nutzer nutzerin auf eine dieser items da oben auf einen dieser auswahl buttons klicken dass so einen tab layout eine material komponente dass dann die inhalte für den richtigen tag also zb jetzt auf dem screenshot für donnerstag oder jetzt gleich für montag dann wenn wir uns die aktuellen daten holen angezeigt werden und die daten anzuzeigen oder um die daten anzuzeigen benutzen wir card views das sind diese weißen felder die sie da sehen auch wieder eine material komponente mit dem der kategorien name also hauptgerichte zum beispiel und dem namen des gerichtes beides informationen die wir aus dem jason ziehen was wir vom server bekommen dann haben wir uns am freitag schon damit beschäftigt wie denn diese informationen die wir vom server bekommen durch unsere anwendung geht zeigt nur mal ganz kurz wo wir jetzt sind also kennen das von freitag noch wir haben vom server über diese in anführungsstrichen rest eigentlich vielleicht besser http die informationen bezogen auf dem server oder zumindest in der kommunikation zwischen server und unserer app sind das solche jason texte wie sie da unten links angedeutet sehen dann haben wir die schon von unserem request objekt umwandeln lassen in ein array aus jason objects bzw präziser in ein jason array und wir sind angekommen dass wir im data provider jetzt die möglichkeit haben auf all diese informationen die vom server kommen zuzugreifen in form von einzelnen jason objects also wir haben so ein großes große liste an jason objekten jedes dieser jason objekte repräsentiert eine speise innerhalb des speiseplans und unsere aufgabe ist es jetzt aus diesen informationen diese mensa tisch objekte zu machen so dass wir die dann sind die klassen die wir benutzen möchten oder ist die klasse die wir benutzen möchten um diese mensa speiseplan eintrags information innerhalb unserer app zu repräsentieren und zu verteilen weiterzugeben erst an unsere activity und dann über den letzten schritt über die adapter und view holder auch ins user interface ganz am ende wird es dann angezeigt in form von so einem view objekt das heißt wir sind da unten irgendwo unten links in der ecke dieses mensa tisch diese klasse haben wir auch schon vorbereitet und wir starten jetzt damit dass wir uns anschauen wie wir dieses jason objekt also noch mal ein java objekt was diese textinformationen links repräsentiert und uns ermöglicht auf die einzelnen eigenschaften zuzugreifen das heißt wenn wir so ein eintrag aus diesem jason array nehmen das vom server kommt sehen an diesen eckigen klammern zuerst dass es um ein array geht dann in den geschweiften klammern ein jason objekt komma separiert die ganzen einzelnen speisen nacheinander und wenn wir daraus ein solches jason objekt also die java instanz dieser klasse erstellt haben dann können wir über die methoden von diesem jason objekt auf die eigenschaften zugreifen also zum beispiel sagen get string mit dem eigenschafts name würde uns jetzt in diesem fall kartoffelgratin zurückgeben oder wir können auf den wochentag zugreifen auf die kategorie auf alle informationen die da drin stehen das versuchen wir jetzt mal und dazu wechsel ich in den code und ich poste ihn auch noch mal falls sie mitmachen möchten den link zu dem aktuellen stand den wir erreicht haben also genau das was sie jetzt gleich bei mir auf dem bildschirm sehen was wir am freitag implementiert haben können sie über den link den ich gerade gepostet habe auch noch mal einsehen wir haben was jetzt heute als gegeben betrachten können am freitag diesen weekly menu request implementiert wenn sie sich erinnern da ist dieses ganze volley framework zum einsatz gekommen wir haben dafür gesorgt dass wir diese fünf http anfragen synchronisiert haben ist vielleicht das falsche wort aber wir wissen wenn wir fertig sind mit den anfragen müssen fünf anfragen stellen weil jede der wochentage von der api einzeln angeboten wird und diesen weekly menu request den lösen wir aus ganz am anfang wenn unsere anwendung startet indem wir uns einen mensa data provider erstellen das war in unserem modell die klasse die diese gesamten speiseplan daten für andere stellen der anwendung bereitstellt den initialisieren wir dann sagen wir diesen provider dass er aktualisieren sich dass er sich aktualisieren soll der provider stößt in dieser update methode dann diesen request an den wir implementiert haben in dieser weekly menu request klasse also zwei ebenen die activity kommuniziert mit dem provider der provider ist die zentrale anlaufstelle für alle die sich für speiseplan daten interessieren in dem data provider selber wird der eigentliche request angestoßen um die daten vom server zu holen der weekly menu request kümmert sich dann wieder eine die ebene weiter drunter um die implementierung oder um die durchführung von diesen volley anfragen und wenn wir damit fertig sind dann landen wir in dieser methode hier on data request finished und in diesem array sind die informationen drin die wir brauchen um jetzt unsere einzelnen speiseplan einträge tatsächlich zu erstellen also hier an dieser stelle und data request finish das haben wir am freitag zu implementiert wissen wir jetzt was der server uns insgesamt für diese woche für speisen angeboten hat so eine kleine log ausgabe drin und damit wir uns noch mal anschauen können mit was für daten wir jetzt eigentlich arbeiten würde ich vorschlagen geben wir uns das einfach noch mal als log ausgabe aus den inhalt von diesem array dann sehen wir nämlich hoffentlich dass da jetzt ganz viele einzelne jason strings drin sind oder einzelne jason objects die wir jetzt in unsere mensa dish klasse das ist dieses objekt was wir vorbereitet haben umwandeln können das heißt den namen die kategorie den zugehörigen wochentag in so einem objekt sammeln mit dem wir dann im restlichen teil der anwendung interagieren können also geben wir uns vielleicht mal hier aus was da eigentlich drin steht in diesem array was wir jetzt von dem request zurückbekommen ich iteriere mal schnell da drüber hier ist gleich null hier kleiner results.length sie erinnern sich das heißt zwar jason array ist aber nicht wirklich ein klassisches java array verhält sich an vielen stellen so an manchen stellen aber auch nicht sie können nicht so klassisch über die entsprechenden eckigen klammern auf die elemente zugreifen aber in sich ist es eine sortierte mit einer eine eine sortierte auflistung von einzelnen jason objekten über die wir mit einer vorschleife iterieren können und bei denen wir uns immer eine bestimmte stelle über eine index variabel wieder auslesen können also es verhält sich in vielen tellen so wie auch ein java array sich verhalten würde aber das kann uns erstmal egal sein wir wollen vielleicht einfach nur einen kleinen lockstring ausgeben und vielleicht wollen wir das jason objekt ausgeben an der position i und mal schauen ob es da irgendwas gibt was wir nutzen können vielleicht to string hier verwenden wir jetzt schon oder wir gehen jetzt davon aus dass das was in diesem jason array drin steht auf der nächsten ebene tatsächlich auch ein jason objekt ist also wir gehen jetzt davon aus dass das request uns dieses weekly menu request uns jetzt tatsächlich auch eine liste von jason objekts gegeben hat kann sein dass da irgendwelche fehler möglicherweise passieren zumindest diese jason library die wir hier verwenden oder dieses jason framework was wir in android verwenden können stellt an dieser stelle fest dass es ja auch vielleicht fehlersituationen geben könnte die bei diesem zugriff auf sondern einzelnes jason objekt innerhalb von diesem array passieren können vielleicht ist da kein jason objekt drin vielleicht ist da doch ein array drin oder vielleicht ist an dieser stelle gar nichts mehr in dem array gespeichert und dementsprechend müssen wir das ganze mit so einem try und catch verbinden weil an dieser stelle eine jason exception möglicherweise ausgelöst werden könnte also das ist was was jetzt an vielen stellen passieren wird wir müssen unsere arbeit mit dieser jason api an vielen stellen durch solche try catch blöcke absichern oder die methoden exceptions zurückgeben lassen weil da eben einfach probleme passieren können wenn wir vielleicht vom server nicht die information zurückbekommen haben die wir an dieser stelle erwarten würden jetzt probiere ich das mal aus vor allem auch um zu schauen ob hier noch alles richtig funktioniert und sie sehen irgendwie scheint das zu funktionieren ich kriege ganz ganz viele dinge ausgegeben wenn sie so einen jason object in java mit der to string methode wieder in einen text zurück verwandeln dann bekommen sie wieder diese klassische jason repräsentation die sie hier unten sehen also das ist nicht ein text nicht verwechseln wir sind schon eine ebene weiter also das hier ist nur wieder die jason also die strukt die text repräsentation von diesem konkreten jason object was wir rausgelesen haben wir können jetzt schon auf diese einzelnen elemente zugreifen also ich könnte hier an dieser stelle sagen ich gebe ja hier immer eins dieser jason objects aus die ich von dem request zurückkomme bekomme ich könnte jetzt zum beispiel auf diese eigenschaft name immer zugreifen indem ich sage get string das heißt ich möchte eine der eigenschaften von diesem jason object was ich in diesem array gefunden habe als text auslesen also ich möchte den wert einer der eigenschaften als text bekommen und dazu übergebe ich den eigenschafts namen also wenn ich zum beispiel sage das hier ist mein objekt was ich im moment auf der im locket ausgegeben habe das ist ein jason object also eine java repräsentation von einem jason formatierten von einer jason formatierten informationseinheit die möchte eine der eigenschaften auslesen das mache ich mit der get string methode und die eigenschaft die ich haben möchte spezifiziere ich als parameter hier sehen sie das hat so eine name eigenschaft ich könnte auch tag mehr ausgeben lassen aber machen zwar mit dem namen das ist vielleicht ein bisschen deutlicher und ich bekomme dann den wert der hier drin steht als text an dieser stelle zurückgegeben und ich würde jetzt mal vermuten wenn das funktioniert dann kommen jetzt hier nur noch die speiseplan nur noch die namen der entsprechenden gerichte bei raus mit diesen informationen also zum beispiel jetzt hier in dem namen des gerichtes oder des wochentages oder der kategorie also haupt speise beilage etc fange ich jetzt an oder würde ich jetzt anfangen diese einzelnen mensa dish objekte zu erstellen das heißt ich würde mir wenn ich über dieses jason array drüber iteriere jedes jason objekt anschauen wird mir von diesem jason objekt die relevanten informationen auslesen name kategorie und wochentag und damit dann ein solches mensa dish objekt mit dem konstruktor aufruf initialisieren mir die alle sammeln und dann hätte ich den datenbestand für meine anwendung wo wollen wir das machen also an welcher stelle von unserer app wollen wir diese transformation zwischen diesen rohinformationen die ich aus dem jason ziehe den einzelnen eigenschaften und dieser konvertierung in ein richtiges in anführungsstrichen mensa dish objekt was wir dann im weiteren verlauf der anwendung einsetzen werden implementieren haben sie engen vorschlag also an welche stelle wenn sie sich jetzt mal überlegen was wir so haben an klassen und an struktur implementieren wir diesen übergang zwischen dem jason objekt also zwischen einfach nur diesem zugriffsobjekt auf die einzelnen jason eigenschaften zu unserem ganz konkreten mensa dish objekt können wir schauen was wir so zur auswahl haben im moment haben wir hier diesen mensa data provider da gehen in dieser methode hier die information ein die wird es brauchen um diese jason objekte in mensa dish objekte umzuwandeln und wir könnten das hier in dieser methode machen also ich könnte hier solche sachen machen wie ich fange einfach mal an ich hole mir das objekt um das es geht current jason dish vielleicht also es ist der speiseeintrag in form eines jason objects und das ist erstmal das objekt an der stelle i dann hole ich mir den namen vielleicht von dieser speise current jason dish.getstring name dann hole ich mir vielleicht den wochentag string weekday ist like an getstring day und so weiter und so fort holen und dann müsste ich diese beiden informationen vielleicht noch in unsere enum werte umwandeln sie erinnern sich wir haben wochentag und kategorie über diese enums abgebildet innerhalb unserer anwendung und könnt mir dann hier an dieser stelle mensa dish dish is like new mensa dish name weekday category also nehmen wir mal an das würde irgendwie kompatibel sein könnte ich das hier erstellen halten sie das für eine gute idee also erstmal halten sie das für eine gute idee das hier alles in diese callback methode reinzupacken halten sie das für eine gute idee das in dem mensa data provider zu tun oder würden sie das an irgendeine andere stelle ihrer anwendung verlagern also diese transformation zwischen jason object und mensa dish darum geht es jetzt hat irgendjemand einen vorschlag wo das möglicherweise hingehören könnte ich kann auch gerne kurz in den chat reinschreiben nein wenn ihnen gerade nichts gutes dazu einfällt dann weiß ich dass ich zumindest nicht warten muss auf das was sie sich vielleicht überlegen aber denken sie vielleicht mal ein paar sekunden nach und überlegen sich wo könnte das irgendwo hingehören also wo könnte dieser konstruktions vorgang von so einem mensa dish objekt auf der basis eines existierenden jason objects implementiert werden irgendeine idee ich kann gerne kurz nochmal die folie zeigen also wir sind jetzt hier unten in diesem data provider da haben wir jetzt dieses array aus jason objects diese dinge hier sollen erstellt werden diese mensa dish objekte und am ende dann aus dem provider zum beispiel in form von einer array list an mensa dish objekten für einen bestimmten wochentag an die anderen stellen unserer anwendung weitergegeben werden ich helfe ihnen mal kurz oder was heißt helfen ich würde jetzt einfach mal sagen was ich mir so dazu denke und zwar der vorgang den wir hier implementieren schon in den provider aber vielleicht als extra methode also ich würde auf jeden fall das hier irgendwie gerne rausbringen das hier würde ich auf jeden fall ungern in dieser callback methode machen haben wir an anderer stelle auch schon ein paar mal gesagt in den callback methoden immer nur auf andere stellen der programm logik verweisen also auf jeden fall auslangen ist eine gute idee für mich gehört dieser vorgang dieses umwandeln von einem jason object in einem mensa dish objekt zu der konstruktion von einem mensa dish objekt also sie erinnern sich weiß nicht ob sie sich erinnern wahrscheinlich erinnern sie sich nicht weil zumindest wenn sie jetzt in regensburg studieren haben wir das glaube ich nicht so explizit in dem einführungskurs gemacht aber wenn man sich so objekt orientiertes design anschaut dann kann man und das ist zum beispiel auch in diesem design patterns buch was ich ihnen ab und zu immer wieder unter die nase halte oder zumindest erwähne der fall objekte kategorisieren oder man kann sich objekte aus unterschiedlicher perspektive anschauen das ist unabhängig davon ob das in java oder in einer anderen objekt orientierten programmiersprache ist man kann die zum beispiel unterteilen in man kann auf objekte blicken indem man sich das verhalten von objekten anschaut also was tun die tatsächlich die struktur wie sind die aufgebaut welche eigenschaften haben sie welche methoden haben sie und wie werden sie erzeugt also wie schaut vielleicht der konstruktor aus gibt es besondere vorgänge das heißt man hat so verschiedene perspektiven auf objekte oder klassen und diese konstruktionsperspektive ist auch eine und wenn sie ein bestimmtes eine bestimmte form der konstruktion haben und das haben wir jetzt hier wir wandeln aus jason objects mensage objekt oder wir wandeln jason objects in mensage objekte um dann gehört das zu der konstruktion und es eine spezielle form der konstruktion von so einem mensage objekt und deshalb würde ich das gerne irgendwie näher an dieses mensage objekt bringen im idealfall wird man vielleicht wieder sowas wie einen bilder oder so haben aber was wir auf jeden fall schon machen können um diesen konstruktionsvorgang hier an dieser stelle rauszuextrahieren und in eine andere stelle einzufügen den vielleicht in diese mensage klasse zu integrieren das heißt wir übergeben jetzt die verantwortung aus einem jason objekt ein mensage objekt zu machen also diesen ganzen konstruktionsvorgang in die klasse mensage wenn ich hier jetzt eine methode implementieren möchte es wurde ja gerade vorgeschlagen dass wir das in der methode auslagern ich würde jetzt weitergehen und sagen ich würde diese methode gerne in dieser mensage klasse anlegen dann brauche ich diese methode die jetzt ein mensage objekt erstellt bevor ich eine instanz von dieser mensage klasse habe weil die ist vorgelagert ist eine konstruktionsmethode die erzeugt neue mensage objekte und deshalb macht es wenig sinn dass ich ein mensage objekt brauche um diese methode aufzurufen wie kann ich das in der klasse machen in java sitzt bisschen wiederholung ist ja auch früher morgen wie wie kann ich einer klasse an sich funktionalität geben die nicht an eine konkrete instanz dieser klasse gebunden ist sondern sondern per se existiert also die ich aufrufen kann ohne dass ich schon eine mensage instanz irgendwo in meinem code habe irgendeine idee es wissen sie auf jeden fall vielleicht ist jetzt nur ein bisschen blöd von mir erklärt aber ich glaube sie genau static ist das was wir haben wollen lassen sie das doch mal so eine static methode implementieren public static die gibt ein mensage objekt zurück ein einzelnes und dann braucht die noch einen namen vielleicht sowas wie from jason objekt vielleicht fällt ihnen besserer name ein ich finde diese from methoden immer ganz nett weil die drücken vielleicht aus dass ich aus etwas einem aus einer bestimmten art und weise etwas anderes erstellen möchte und wenn man die dann aufruft als statische methode mensage punkt vom jason objekt ist das zumindest in meinem empfinden eine ganz verständliche art und weise wie man dann diese konstruktions api verwendet noch mal das ist sicherlich nicht die beste art und weise das zu tun es gibt ganz viele andere methoden auch eine methode im data provider wäre vielleicht super ich mache jetzt diese art und weise und in beide richtungen gäbe es andere varianten als zum beispiel so explizite bilder klassen oder so was ich jetzt in dieser methode machen möchte ist ich möchte die informationen sammeln die ich brauche um diesen konstruktor aufzurufen und die finde ich in diesem jason objekt den ersten schritt wir können das ja mal kopieren den haben wir hier schon gemacht also das kopiere ich jetzt einfach mal raus in in diese methode hier ich habe hier schon ein einzelnes jason objekt das heißt ich kann den zugriff auf dieses rame sparen und den namen zumindest den finde ich heraus in dem ich auf dieses objekt zugreifen und jetzt wieder nachschaue nach dem tatsächlichen attribut name ok der name für hauptgericht oder für ein gericht ist relativ easy weekday und category werden jetzt ein bisschen schwieriger ich lösche mal alles raus was wir hier an dieser stelle nicht brauchen ich sage auch hier wieder dass wir auf dieses objekt zugreifen oder machen wir es ein bisschen expliziter ich nenne das ganze vielleicht mal diesen objekt oder jason objekt damit wird so ein bisschen auch vom namen her unterscheiden können was was da drin steht also hier ist es noch jason und ganz am ende kommt dieses menserdisch dabei raus der name wie gesagt der ist easy der wird genauso wie er im jason steht verwendet das hier ist noch nicht die art von einem wochentag die wir gerne hätten das ist nämlich eigentlich nur weekday string ich mache es mal so explizit weil wir aus diesem string für den wochentag ja noch unser unseren enum wert erstellen wollen also wir haben hier weekday string und category string dieses weekday das kann sowas sein ich schreibe mal dahinter was das sein kann montag dienstag mittwoch donnerstag freitag also das sind die werte die da drin stehen können in dem jason das vom server zurückkommt und wir wollen das umwandeln diesen string in einen dieser enum werte und wir haben am freitag schon dafür gesorgt dass wir diese short names hier drin haben das heißt in jedem enum wert steht schon sowas drin wie montag dienstag mittwoch donnerstag freitag das heißt so ein mapping zwischen dem was von der api kommt nämlich diesen kurzform die dann irgendwo eben diesen jason drinstehen und diesem weekday wäre möglich jetzt ist die frage wie machen wir das also wie finden wir heraus wenn ich weiß okay in diesem jason object was ich vom server bekommen habe steht bei dem day attribut zum beispiel montag drin mo dann ist der weekday der enum eintrag den ich um das mensa dish zu erstellen was diesen eintrag repräsentiert auswählen muss dieser hier wie kommen wir dahin wie finden wir jetzt den richtigen eintrag von unserem enum für diesen short name der in dem jason drinsteht was wir vom server bekommen und überlegen sich das mal kurz und was ich in der zeit mache ist ich gebe schon mal das jason und ich gebe das jason noch mal auf der konsole aus damit wir die struktur hier noch mal sehen können mensa app und da geben wir aus und hier würde ich mich dafür entscheiden diese exceptions die hier alle geschmissen werden von der konstruktions methode nach außen geben zu lassen und damit wir das ganze kompilieren können gebe ich hier auch noch mal nah zurück das ist nur vorläufig die methode wird ja auch nicht aufgerufen aber nur damit kein fehler mehr angezeigt wird gebe ich das noch mal auf der konsole aus also wir wollen von diesem string hier mo ist jetzt sogar groß geschrieben den passenden eintrag aus diesem enum auslesen hat er irgendjemand von ihnen vorschlag wie wir das machen können sitz und mapping zwischen einem string und einem eintrag im enum dem enum nur damit da keine missverständnisse auftreten ist diese information auch schon drin jeder dieser enum werte die wir hier aufgelistet haben hat so eine öffentliche eigenschaft short name und da steht m o d i m i d o f r drin wir können es auch so machen weil das können wir auch an einer anderen stelle umwandeln die haben wir auch deshalb da reingeschrieben damit wir uns diese api methoden diese urls schön zusammensetzen können wir haben jetzt gerade bei dem mensa dish schon uns überlegt dass wir diesen konstruktionsvorgang an die stelle verlagern oder in die klasse verlagern die für diesen oder für die diese konstruktion notwendig ist also das mensa dish bekommt diese from jason object methode weil das eine der möglichkeiten ist mit denen man neue mensa dish objects erstellen kann und vielleicht können wir das gleich hier auch bei dem enum machen enums sind nichts anderes als klassen und wenn ich jetzt hier mal reinschaue in diese weekday klasse spricht nichts dagegen auch an dieser stelle eine statische methode zu machen public static mir oder zu sagen dass diese methode ein dieser enum werte zurück gibt 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 also ein weekday zurück und vielleicht auch hier mit diesem from zu arbeiten from short name und ich übergebe ein dieser kurzen namen an die methode also zum beispiel fr di mo mi und so weiter und ich möchte den eintrag haben der dazu passt und das kann ich ganz einfach machen indem ich über alle möglichen enum werte drüber iteriere mit so einer for schleife for each schleife und zwar greife ich auf alle einträge von diesem enum auf alle werte von diesem enum zu indem ich die values methode aufrufe dann bekomme ich ein array aus weekday einträgen also aus diesem kompletten enum aus all den werten die hier am anfang aufgelistet habe zurück und kann an der stelle immer nachschauen ist denn der short name von dem eintrag des enums über den ich gerade iteriere der gleiche string vergleich immer mit equals in java wenn sie sich erinnern den ich auch als parameter übergebe und da ich weiß dass hier die dinge klein geschrieben werden mache ich noch so einen kleinen sicherheitscheck dass ich nämlich auch den parameter den ich übergebe in lowercase also in kleinschreibung umwandeln das heißt ich schaue mir an was wird hier für ein parameter übergeben ich iteriere über all diese werte das hier sind die short names die dann als eigenschaft in dem enum drinstehen ich vergleiche immer von dem enum wert über den ich gerade iteriere den short name mit dem angepassten parameter den ich da bekomme und wenn ich dann über diese equals methode feststelle dass das der richtige wochentag ist gebe ich den zurück und wenn ich das gesamte values array durchgelaufen bin und keinen wert gefunden habe zu dem dieser parameter hier passt dann gebe ich null zurück oder könnte auch eine fehlermeldung schmeißen oder so blasse es jetzt mal bei return null und das heißt einfach ich habe ihn ich habe keinen wert in diesem enum gefunden der diesem short name entspricht den du hier übergeben hast und mit dieser mit dieser kurzen hilfsmethode kann ich jetzt in dem in der mensa dish in diesem from jason object den string den ich aus dem text hier aus diesem jason ausgelesen habe also das hier ist das was wir hier auslesen verwenden wo mir den richtigen wochentag für dieses neue jason object für dieses neue mensa dish objekt zu erstellen dass ich gerade konstruieren möchte nämlich indem ich sage weekday punkt from short name und weekday string der eintrag aus dem enum und so haben wir diese transformation zwischen dem was wir vom server als information bekommen montag dienstag und so weiter und dem zwischen objekte diesem enum den wir verwenden möchten um in unserer anwendung wochentage zu repräsentieren erledigt machen das gleich jetzt für die kategorie sie sehen hier da sind so labels drin oder so strings drin in dem jason das vom server kommt und das repräsentiert was für eine art von speise kategorie das ist wir haben drei speise kategorien innerhalb unserer anwendung abgebildet wir haben hauptgerichte beilagen und nachtische und es gibt jetzt in dem in der antwort vom server in diesem jason verschiedene strings die jeweils zu einer dieser kategorien passen also zum beispiel dieses hg 1 steht für das erste hauptgericht das ist ein hauptgericht hg 2 steht für das zweite hauptgericht das gehört auch zu dieser kategorie hauptgericht und dann stehen da solche sachen wie zum beispiel b1 das ist die beilage da gibt es glaube ich maximal irgendwie vier beilagen im moment es gibt maximal drei hauptgerichte und es gibt zwei desserts die sind durch dieses n1 und n2 gekennzeichnet das heißt was wir jetzt machen müssen ist wir müssen diesen informationsraum hg 1 hg 2 hg 3 das gehört alles zu hauptgericht b1 b2 b3 b4 gehört alles zu beilagen und n1 und n2 gehört zu desserts auch irgendwie in unsere eigene informationsarchitektur reinbringen heißt wir müssen dafür sorgen dass wenn ich den string hg 1 oder hg 2 habe ich am ende hier vielleicht auch irgendwie eine möglichkeit habe diesen konkreten enum wert diesen verschiedenen möglichkeiten zuzuweisen das heißt wir müssen als erstes irgendwie diese information dass hier zum beispiel so eine kategorie oder das hauptgericht unter anderem mit hg 1 gekennzeichnet sind in dieses enum einbringen könnt jetzt unterschiedliche ansätze fahren ich könnte zum beispiel sagen ich weiß immer alles was mit h beginnt ist vielleicht ein hauptgericht alles was mit b beginnt ist eine beilage ich würde es aber gerne ein bisschen expliziter machen also ein eins zu eins matching und ich würde gerne jeder dieser in jedem dieser enum einträge ein set an an kategorie werten übergeben und wenn die eins zu eins übereinstimmen mit dem was hier an dieser stelle im json steht dann weiß ich okay das ist offensichtlich ein hauptgericht oder eine beilage das heißt hier diesem enum eintrag main dem werde ich alle möglichen tags die hier drin stehen irgendwie mitteilen dem enum wert zeit alle die die mit b1 oder b2 ausgezeichnet sind und dem bisher eben n1 und n2 heißt wir haben eine variable anzahl an möglichen tags die einen konkreten eintrag aus diesem json einem oder ein näher dieser kategorien zu ordnen und das kann man zum beispiel machen wie gesagt nur zum beispiel mit einem array private das kann sogar feine sein das werden wir nur beim konstruieren einmal benutzen einem string array matching values was ich da rein speichern möchte sind all die werte die auf oder die als tag den konkreten eintrag von meinem enum hauptgericht beilage nachtisch beschreiben und dieses diese menge an tags die einen dieser einträge kennzeichnen den übergebe ich oder die übergebe ich im konstruktor und speichere die dann auch in dem entsprechenden eintrag und was ich jetzt natürlich noch tun muss ist sonst weil sie sehen ja hier auch die fehlermeldung ist beim konstruieren von einem dieser enum werte hier entsprechend auch die werte mit geben und ich weiß nicht ob sie das noch im kopf haben aber ich kann in java solche string arrays oder allgemein arrays auch als literal definieren beziehungsweise die werte für so ein neues string array direkt beim konstruieren von dem array übergeben in diesen geschweiften klammern und da sage ich jetzt hg1 hg2 hg3 das sind die werte die wenn ich die im jason finde bei diesem kategorie attribut mir die auskunft geben das ist ein hauptgericht das gleiche mache ich jetzt auch für die beilage nur sind das dann nicht mehr hg1 hg2 und hg3 sondern zum beispiel sowas wie b1 b2 b3 und b4 und bei dem nachtisch sind es dann n1 und n2 mehr nachtisch gibt es im moment in der unimenser nicht das heißt jeder meinen kategorien jeder meiner in app kategorien für die verschiedenen speise kategorien habe ich jetzt diese zusätzliche information gegeben welche korrespondierenden jason label in der api antwort existieren um dieses mapping zwischen kategorie und zwischen kategorie und dann entsprechend diesem text diesem label in dem jason existieren und auf der basis kann ich mir jetzt auch hier wieder so eine statische methode implementieren public static kategorie from value string value oder string ja es ist der wert der irgendwie drin steht in der kategorie ich schaue mal ganz kurz wie es hier genannt habe from short name machen wir es mal auch wenn es ein bisschen komisch sich anhört einheitlich also wir nennen diese methode from category wir übergeben einen eine kategorie als string sowie sie im jason finden zum beispiel b1 und wir möchten jetzt dann wahrscheinlich herausfinden dass es sich um eine beilage handelt und ich kann hier sehr ähnlich vorgehen zudem wie ich eben in diesem weekday enum vorgegangen bin das heißt ich iteriere wieder über alle einträge meines enums category so category string haben wir hier ein bisschen deutlicher die namen also das problem war ich möchte hier diese cdav variabel category nennen weil das ist ja wirklich auch die kategorie das gehört am nächsten zu der klasse category weil es eine wenn sie so wollen instanz von diesem enum ist und hier das ist nur der die kategorie die aus dem jason kommt als text lange rede kurzer sinn ich kann mit der for each schleife über die werte in diesem enum drüber iterieren und jetzt muss ich schauen dann gibt es in diesem array hier für 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 die kategorie main einen eintrag einen eintrag der diesem hier entspricht wenn nicht dann geht meine forschleife weiter und ich schaue mir den nächsten eintrag an site gibt es in dem array matching values ein eintrag der dem entspricht was hier drin ist ich zeige ihnen mal was wie man in java relativ schnell so einen array durchsuchen kann wenn sie einen array aus primitiven werten haben dann können sie ohne probleme über die hilfsmethode binary search in einem gegebenen array das wäre bei uns kategorie also dass der enum wert über den wir gerade iterieren matching values ähm was an der stelle funktioniert auch wenn es private ist weil wir innerhalb der klasse sind ähm nach einem bestimmten wert suchen in unserem fall diesem category string also sie können in einem array ähm das primitive werte beinhaltet über diese methode binary search die sie in der hilfsklasse arrays finden nach einem bestimmten wert suchen und sie übergeben dazu als parameter das array in dem sie suchen möchten und die äh den wert den sie dort finden möchten und da bekommen sie einen integer wert zurück der integer wert gibt ihnen die stelle an an der dieser eintrag der hier als zweiter parameter ge äh übergeben worden ist in dem array das als erster parameter übergeben wird gefunden wird das heißt den können wir uns zum beispiel in einer variabel speichern das ist der index ähm der beschreibt wo sich dieser wert in diesem array befindet und wenn der irgendeinen wert hat der nicht minus 1 ist dann können sie davon ausgehen dass sie diesen eintrag in dem entsprechenden array gefunden haben das heißt wir können schauen das heißt wir können schauen das heißt wir können nach außen geben und das ist die kategorie ähm die 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 speise beschreibt die in ihrem jason in ihrer jason form in dem in dem in der eigenschaft kategorie diesen parameter hier bekommen hat wenn wir das wieder ganz durchlaufen sind und nichts gefunden haben dann gibt es für den übergebenen parameter keine passende kategorie wir müssen eine sache machen ähm das ist jetzt ganz wichtig bevor sie überall diese methode hier verwenden ich weiß nicht ob es vielleicht sogar irgendjemand dabei ist äh der weiß was die verwendung von dieser binary search methode für eine vorbedingung hat schreiben sie gerne mal in den chat rein wenn sie das wissen oder auch nein wenn sie jetzt gar nicht wissen von was ich rede diese binary search methode die funktioniert nur wenn das array an sich schon sortiert ist also sie können mit dieser binary search methode ähm nur solche arrays durchsuchen die in sich schon sortiert sind also die in aufsteigende oder absteigende reihenfolge je nachdem wie auch immer ähm in einer sortierten variante vorliegen und das liegt daran dass das nächste was man wissen muss diese binary search dieser algorithmus ähm funktioniert so ganz kurz nur gesagt ähm dass das array immer in kleine hälften aufgeteilt wird also man schaut die erste hälfte die zweite hälfte an die wird auch wieder ähm unterteilt ähm und äh da drin wird dann möglichst effektiv nach dem entsprechenden eintrag gesucht und das funktioniert nur wenn diese informationen auch entsprechend in sortierter reihenfolge vorliegen das ist aber überhaupt kein problem aus zwei gründen wir können hier einfach an der stelle wenn wir dieses array initialisieren dafür sorgen dass die in alphabetischer reihenfolge das ist ja für die string suche wichtig ähm vorliegen was an der stelle auch eh schon wäre oder wir können zur absicherung wenn wir im konstruktor diese werte gesetzt haben ähm einfach auch nochmal die sort funktion von ähm der arrays klasse drüber laufen lassen also arrays diese hilfsklasse in java hat auch noch eine sort funktion die sortiert die einträge dann ähm und da übergeben wir einfach noch mal jetzt an der stelle aber sys punkt matching values sonst macht's überhaupt keinen sinn ähm ich glaube ich sogar im äh in der lösung falsch gemacht wir sortieren das was wir hier als weiß wäre egal was wir von beiden sortieren weil es ist ja ein string array mit verweisen und so das passt dann auch schon aber es ist vielleicht ein bisschen verständlicher wenn wir sagen wir sortieren das was auch tatsächlich zu dem enum gehört dann liegen diese werte in sortierter reihenfolge vor das ist so eine in place methode das heißt der wert der hier drin steht wird sortiert wir kriegen nicht ein neues array zurück sondern das array selber wird sortiert und dann funktioniert auch diese binary search methode ohne probleme ok damit haben wir für beide enum werte also für beide etwas komplexeren eigenschaften von mensa dish die entsprechende methode implementiert diesen konstruktionsvorgang und diesen auswahlvorgang für uns abdeckt implementiert und können diese methode verwenden indem wir jetzt auch wieder in dem mensa dish in dieser konstruktions methode vom json object den wert den wir aus dem json ausgelesen haben verwenden um diese kategorie zu erstellen und jetzt haben wir alle informationen um diesen konstruktor aufzurufen und können genau das tun return new mensa dish string name entschuldigung name category und day und damit haben wir diese umwandlung von dem was wir vom server bekommen in das was wir tatsächlich in unserer anwendung verwenden möchten vervollständigt jetzt haben wir mensa dish objekte die mensa dish objekte haben weekday und category enum werte um den wochentag und die kategorie zu beschreiben den namen haben wir auch aus dem json gezogen und der rest der hier drin steht also irgendwelche kosten oder so interessieren uns in unserer implementierung jetzt nicht also wenn sie das vielleicht selber nochmal ein bisschen erweitern möchten dann kann es sein dass sie noch mehr aus diesem json rausholen müssen also vielleicht interessiert sie auch diese labels weil sie die nutzern und nutzerinnen vielleicht mitteilen möchten ist das irgendwie ein vegetarisches gericht ist das ein veganes gericht gibt es vielleicht irgendwelche allergene da drin vielleicht möchten sie auch die unterschiedlichen kosten anzeigen diese upvotes oder downvotes ich weiß gar nicht glaube in der version die da auf dem server gerade installiert sind steht da gar nichts drin aber vielleicht haben sie in ihrer implementierung noch andere funktionen geplant die nur dann funktionieren wenn sie aus diesem json was vom server kommt noch mehr information rausziehen wir machen das jetzt aber nicht wir bleiben nur bei name wochentag und kategorie was wir jetzt noch machen können ist wir können uns überlegen wie wir mit diesem konstruktor public menser tisch umgehen ganz kurz eine sache einstellen okay ich habe jetzt hier diese statische methode mit der ich aus einem jason objekt ein menserdisch objekt erstellen kann und in meiner in meinem mentalen modell von meiner implementierung ist dieses menser ist diese menserdisch oder sind werden diese instanzen der menserdisch klasse nur über diese methode hier erstellt also ich möchte gar nicht dass irgendjemand explizit diesen konstruktor auf ruft sondern ich möchte immer nur dass wenn die sachen vom server kommen aus diesen jason informationen die menserdisch objekte generiert werden und dann werden die verwendet aber es gibt keine andere stelle an der solche menserdisch objekte erstellt werden das müssen sie nicht so implementieren oder das müssen sie nicht so denken sie können vielleicht auch irgendwie ein software design haben wo das relevant ist aber wenn das so ist also wenn sie ein objekt haben dessen konstruktor nicht explizit aufgerufen werden soll dann spricht nichts dagegen den private zu machen und dann über solche öffentlichen methoden die diesen konstruktionsvorgang nochmal in sich kapseln dann eine alternative zum konstruieren des objektes gegenüber dem klassischen konstruktor aufruf anzubieten also das nur so als hinweis am das ist zumindest an manchen stellen wenn man es gut begründen kann absolut legitim zu sagen der konstruktor ist private ich habe keine möglichkeiten diesen konstruktor mit der eingabe von diesen werten explizit aufzurufen sondern wenn ich das machen möchte dann dann muss ich immer ein jason object was ich vom server bekommen habe übergeben und lass mir dann diese instanzen erstellen also das nur noch als hinweis absolut legitim auch vielleicht mal einen konstruktor privat zu machen wenn sie eine alternative für diesen konstruktionsvorgang der instanzen anbieten was wir jetzt aber wirklich machen ist wir gehen zurück an die stelle wo wir vom server die information bekommen wir iterieren jetzt gerade schon über dieses jason array und was wir jetzt tun können ist wir erzeugen uns hier unser mensage objekt in dem wir das was wir gerade eben übergeben bekommen haben was wir gerade implementiert haben diese statische konstruktions methode an dieser stelle mit dem input dessen aufrufen was wir bekommen wenn wir über dieses jason array was vom server kommt drüber iterieren also wir stellen in jedem für jedes objekt was wir vom server bekommen von unserem weekly menu request jetzt das richtige mensa tisch und das speichern wir uns in einer list in diesem mensa data provider also der mensa data provider ist die zentrale stelle unserer anwendung die diese speiseplan informationen bereitstellt und wenn wir so eine stelle haben in unserer anwendung die irgendwie informationen bereitstellt dann sollte die vielleicht auch über eine entsprechende datenstruktur verfügen die es dieser instanz dann erlaubt die informationen zu verwalten die diesen kern der anwendung darstellen und im einfachsten fall ist das vielleicht einfach nur eine die können wir gerne im konstruktor initialisieren ich würde aber wir initialisieren sie mal auch wenn es nicht so notwendig ist und würde sagen immer wenn wir vom server neue antworten bekommen haben also wenn wir jetzt ein neues set an speiseplan daten für diese woche erhalten haben dann sagen wir unsere liste die die informationen beinhaltet wird gelöscht oder wird neu initialisiert entweder current menu punkt clear werden alle einträge aus der liste raus gelöscht oder einfach current menu ist gleich new area list sie initialisieren sich eine neue area list bin mir gar nicht sicher was ich bevorzugen würde wenn sie die current menu punkt clear methode verwenden müssen sie auf jeden fall sicher gehen dass sie das vorher initialisiert haben machen wir jetzt mal tabula rasa mäßig wir erstellen eine neue area list und jedes mensagericht was wir in form von so einem mensage objekt aus dem jason erstellen fügen wir hinzu zu dieser area list sodass wir dann ganz am ende wenn wir fertig sind mit der verarbeitung von dieser server antwort alle einträge die wir vom server bekommen haben in diesem array hier gespeichert haben das ganze wird ausgelöst in dieser update methode also da kurz nochmal zur erinnerung unsere activity erstellt diesen provider gibt dem den context mit den kontext geben wir deshalb mit damit der provider das an den request übergeben kann weil der request diesen application kontext braucht um das volley framework zu nutzen und dann starten wir diesen update vorgang dann fängt der provider anzuarbeiten erstellt den update task startet den wartet die antwort ab nimmt sich alle objekte die in diesem jason array vom server zurückgegeben worden sind wandelt die in mensage objekte um und wenn wir damit fertig sind steht hier drin der wöchentliche speiseplan zur verfügung und das ist eine information die jetzt wieder andere teile unserer anwendung interessiert weil wir wenn wir diesen speiseplan haben ja dann endlich auch anfangen könnte es anzuzeigen das heißt wir müssen diese information dass dieser vorgang des aktualisierens jetzt abgeschlossen ist wieder eine ebene nach oben zurückgeben wir haben ja immer schon mit listenern gearbeitet der weekly menu request der verwendet diesen mensa data provider als listener und sagt dem ich bin fertig mit der http anfrage hier ist das jason zeugs ist kein array sondern ein objekt haben wir gerade schon ein paar mal aber da habe ich gerade schon ein paar mal erwähnt ja es ist kein java array es verhält sich auch an vielen stellen nicht so wie ein java array aber es ist ein jason array also der array begriff ist jetzt hier vielleicht ein bisschen irreführend aber sie haben recht das ist ein objekt kein array wenn sie diese unterscheidung ein halten wollen dann ist das völlig korrekt jason array ist kein array zumindest kein java array aber es ist ein jason array also vielleicht ist da ein bisschen das wording an der stelle schwierig durchzuhalten aber danke noch mal für den hinweis haben wir aber gerade schon ein paar mal besprochen was wir jetzt machen müssen ist wir müssen diesen moment dass wir jetzt fertig sind mit diesem umwandeln der informationen in unsere tatsächlichen java objekte in diese menschen instanzen den müssen wir nach außen geben und das machen wir jetzt genau so wie wir auch die kommunikation zwischen dem weekly menu request zum mensa data provider gemacht haben indem wir ein listener interface etablieren oder implementieren und in diesem mensa data provider irgendeine andere stelle unserer anwendung kommunizieren mitteilen den oder die informiert werden soll wenn entsprechend dieser gesamte vorgang abgeschlossen ist und wir jetzt auf die speiseplan daten zugreifen können also neuer listener wo wollen wir das machen wir können dass der einfachheit halber wieder hier in dem in der klasse so als innere klasse machen sie können es auch eine eigene datei auslagern ich mache es jetzt mal an dieser stelle public interface mensa data provider listener der listener für einen mensa data provider oder vielleicht einfach nur so mensa data listener können sich überlegen was ihnen vielleicht lieber ist und die einzige information die ich im moment an diese listener nach außen geben möchte ist wir sind fertig mit dem update also viel mehr müssen die gar nicht wissen weil die müssen sich dann ja sowieso nicht den kompletten speiseplan aus diesem provider auslesen sondern nur die speiseplan daten für einen bestimmten wochentag das heißt eine ganz einfache methode könnte sein void on mensa data updated vielleicht vielleicht sowas in diese richtung also ein listener der eine methode hat von mensa data updated der kriegt einfach nur von uns die information ich bin jetzt fertig du könntest jetzt theoretisch auf die speiseplan daten zugreifen die jetzt lokal in dieser list vorliegen damit wir das irgendwie kommunizieren können muss dieser mensa data provider wissen welchen listener er ansprechen soll auch hier wieder ganz viele möglichkeiten wir machen jetzt so eine eins zu eins beziehung der mensa data provider hat genau ein listener und vielleicht machen wir es auch so dass dieser listener direkt im konstruktor gesetzt wird das heißt wir haben instanz variabel die ändert sich vielleicht auch nicht genauso wie der kontext sich tatsächlich auch nicht ändert er kann auch final sein mensa data listener müssen das nicht mehr spezifizieren wenn es nur eine eins zu eins beziehung ist und wir übergeben den direkt im konstruktor dann sagen wir hier noch dass wir das ganze in der vorbereiteten instanz variabel speichern möchten und wenn wir dann fertig sind mit dem gesamten vorgang das heißt wenn wir jedes der gerichte in den entsprechenden entsprechende mensa dish instanz umgewandelt und in unserer list gespeichert haben dann informieren wir ganz am ende den listener dass wir den wir beim konstruieren von diesem auch wenn wir dann noch nicht fertig sind möglicherweise ein paar fehler situation die wir jetzt an dieser stelle noch nicht abgefangen haben aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass das alles funktioniert dass wir jeden eintrag umgewandelt haben dass wir den ganz am ende sagen wir sind fertig wem sagen wir das sagen wir dem listener den wir beim konstruieren von diesem provider übergeben und dementsprechend müssen wir jetzt hier in der activity wenn wir diesen data provider initialisieren auch diese stelle unserer app spezifizieren die als kommunikationspartner gedacht ist und machen wir es uns einfach implementieren wir das interface auf activity ebene das heißt wir sagen mensa data provider punkt mensa data listener ist das interface was unsere activity jetzt implementiert das heißt wir werden zum listener und wir können dann entsprechend auch die activity selber hier an dieser stelle als zweiten parameter übergeben heißt für uns wir haben jetzt hier an dieser stelle von mensa data updated die möglichkeit dass wir oder wir werden an dieser stelle informiert oder durch die methoden aufruf werden wir informiert dass in unserer app lokal jetzt der speiseplan fertig und vollständig zur verfügung steht jetzt können wir anfangen uns zu überlegen wie machen wir denn das wenn jetzt hier auf diese button das gedrückt wird dass wir dann die richtigen speiseplan informationen hier anzeigen müssen eine sache noch in der datenschicht machen müssen nämlich jetzt dafür sorgen dass wenn zum beispiel hier der dienstag ausgewählt wird oder der mittwoch oder donnerstag dass wir dann genau die speisen zu uns aus dem provider auslesen können die an diesem wochentag angeboten werden wenn wir das haben wenn jetzt zum beispiel eine area list haben mit allen speisen die am mittwoch am donnerstag am freitag ausgelesen werden angeboten werden dann können wir diese area list nehmen und hier in unserem recycler view der jetzt noch leer ist anzeigen lassen und dann die tatsächliche funktionalität der anwendung bereitstellen also müssen jetzt von der großen liste die die hier drin steht runterbrechen auf die kleinen listen die wochentags angeboten werden um dann bei der auswahl oder bei der interaktion der nutzer und nutzerinnen jeweils die richtige kleine liste die richtige das richtige subset des speiseplans aus dem provider auslesen zu können um das dann im user interface anzeigen zu können das ist jetzt auch glaube ich ein bisschen weniger spektakulär als man vielleicht denkt wir haben hier eine große area liste wir wollen daraus eine kleine area liste also wir wollen filtern machen wir das vielleicht einfach mit einer einfachen methode die eine area list zurückgibt aus mensa dish objekten und die get menu for day vielleicht heißt wir benutzen als parameter wieder unser eigenes enum was wir erstellt haben um den wochentag innerhalb unserer anwendung bereitzustellen kurze informationen wir wissen am freitag alles überlegt wir wissen es gibt in java auch explizit existierende enums mit denen man wochentage oder tage der woche in day of week abbilden kann wir haben ein paar extra ansprüche an solche wochentage zum beispiel die kompatibilität mit unserer API die wir hier verwenden und dementsprechend haben wir unser eigenes enum erstellt ich möchte jetzt dass ich eine area list zurückbekomme in der alle einträge aus dieser großen area list drin sind alle mensa dishes die an diesem wochentag angeboten werden und das machen wir jetzt ganz ganz einfach wir erstellen uns eine neue area liste das mensa dish objects in der speichern wir das menü das ist eine neue area list die am anfang leer ist dann iterieren wir über das aktuelle menü machen das jetzt nicht mit irgendwelchen streams oder filter methoden wir schauen uns jeden eintrag an und wir können enum werte ganz einfach vergleichen dish on day das ist der wochentag der in dem aktuellen speiseplan eintrag drin steht und wenn der dem entspricht der hier als parameter übergeben ist heißt das für uns das ist eins der gerichte für den wochentag der gesucht ist wir fügen das ganze in unsere gefilterte liste ein und geben die ganz am ende zurück damit haben wir eine einfache methode die für einen gegebenen wochentag alle speisen dieses wochentags zurück gibt und damit kann ich in meiner activity arbeiten ich kann jetzt hier sagen ganz kurz hier was wieder herstellen ich kann jetzt hier in meiner activity sagen wenn einer dieser tabs angeklickt wird dann werde ich darüber informiert in der on tab select methode haben wir zum freitag angeschaut da wird ja auch immer schon diese konsolenausgabe angezeigt dann kann ich sagen gibt mir doch bitte für den ausgewählten wochentag die speisen aus dem provider raus und zeigt die an schritt für schritt ich erstelle auf ebene der activity eine neue methode ich werde gleich in dem callback oder in dieser listener methode schon das angeklickte tab oder den ausgewählten tab umwandeln in einen wochentag anhand der position deshalb kann ich hier in dieser methode sagen gibt mir oder zeigt jetzt im user interface das menü an für einen bestimmten wochentag das heißt als parameter haben wir wahrscheinlich sowas wie einen weekday das ist ja unsere zentrale unsere zentrales enum um wochentage anzuzeigen oder wochentage zu repräsentieren unsere anwendung und in dieser methode sage ich jetzt die mensa dishes die mich interessieren die ich jetzt im user interface anzeigen möchte sind die sachen die ich von meinem provider den ich jetzt nicht mehr nur in dieser privaten in dieser lokalen methode brauche sondern auf instanz ebene dementsprechend auch dann hier nach oben ziehe aus diesem provider der jetzt auf instanz ebene angelegt wird hier initialisiert wird und der diesen ganzen aktualisierungsvorgang anstößt und uns hier unten informiert dass wir fertig sind aus dem sage ich oder auf dem rufe ich die methode auf die ich gerade geschrieben habe geld menu for a day und das ist in unserem fall der wochentag den wir hier übergeben und diesen wochentag oder diese inhalte die zeige ich jetzt im user interface an das heißt damit gehe ich jetzt an mein adapter und an mein das ist das ist das was wir jetzt als letzten schritt in dieser implementierung noch tun müssen und diese methode hier die rufen wir auf und geben das ganze und rufen diese methode auf in der methode die ausgelöst wird wenn einer dieser tabs ausgewählt wird das heißt wenn ich den montag tab aufrufe dann möchte ich diese methode für den montag aufrufen nicht für den dienstag den tab angeklickt habe dann möchte ich die methode für dienstag aufrufen diese wochentage sind in dem enum ja auch mit dieser integer information verknüpft das wissen sie enums sind ja aufzählungen das heißt jeder dieser einträge wird auch repräsentiert oder repräsentiert eigentlich einen integer wert beginnt von 0 bis jetzt in diesem fall 4 also 0 1 2 3 4 das sind die werte die hinter diesen hinter diesen hinter diesen enum einträgen stehen zusätzlich kann ich mir alle diese einträge in der richtigen reihenfolge auch als array zurückgeben wenn ich auf dem weekday die methode values aufrufe habe ich einen array in dem monday tuesday wednesday und so weiter drinsteht und das kann ich mir jetzt zunutze machen in meiner activity ich kann nämlich die position die position des eintrags der hier ausgewählt wird den kann ich mir auf die kann ich zugreifen und die beginnt auch bei 0 also der erste tab hat die position 0 der zweite die position 1 und so weiter bis zum vierten das ist dieses tab punkt geld position kann ich in dieser callback methode von meinem on tap selected listener auf die entsprechende position oder auf den tab kann mir die position aus dem angeklickten tab auslesen wenn ich das jetzt kombiniere kann ich mit den angeklickten wochentag generieren selected day ist gleich müssen wir ein bisschen hin und her wandeln wir schauen uns zuerst alle einträge in dem weekday enum an und wir greifen zu auf den wert an der stelle der dem entspricht was wir als position von dem angeklickten tab zurückbekommen also wenn wir hier diesen ersten wert angeklickt anklicken diesen ersten eintrag anklicken dann ist dieses tab punkt get position 0 also nicht null sondern null und wir würden wenn wir in unser weekday enum reinschauen monday zurückbekommen wenn wir hier draufklicken dann kriegen wir den wert 4 zurück das heißt wir würden in unserem weekday enum friday zurückbekommen und so können wir aus dem angeklickten tab relativ leicht den angeklickten wochentag auswählen und dann mit diesem wochentag unsere gerade eben selektiert unsere gerade eben erstellte methode aufrufen und damit das aktualisieren von unserem user interface anstoßen jetzt brauchen wir um die sachen anzuzeigen einen recycler adapter und ein view holder für diesen recycler adapter wir haben schon diesen recycler view in unserer activity in unserem layout implementiert das ist hier das was sich in diesem constraint layout zwischen diesen beiden elementen befindet steht im moment noch nichts drin und das müssen wir jetzt durch entsprechend die implementierung eines adapters und auch eines view holders umsetzen dieses anzeigen von den informationen in dem user interface das ist wesentlich weniger kompliziert als wir als das jetzt vielleicht sich anhört weil dieser view adapter und auch der view holder relativ simpel sind da ist nämlich keine interaktion hinter das sind auch keine komplizierten items ich habe das layout schon vorbereitet damit diese einzelnen einträge dann richtig ausschauen und eigentlich müssen wir nur in dem view holder dafür sorgen dass die richtigen items oder die richtigen eigenschaften aus den mensa dish instanzen an die richtigen stellen von diesem interface element was ich vorbereitet habe diesem layout ist eine card view in der zwei text views drin stehen einer ist für die kategorie gedacht der zweite für das hauptgericht das ist die einzige aufgabe die dieser view holder am ende haben wird nämlich das übertragen von den eigenschaften eines mensa dish objektes in die entsprechenden text views von diesem verwendeten element ich würde das einfach mal anfangen diese diese umsetzung und dann zeige ich ihnen ganz kurz dass das wirklich hauptsächlich generierter code ist den wir jetzt machen ich schließe mal alle anderen sachen ich würde vielleicht haben wir mal ganz kurz das können wir alles so lassen erstmal neues package erstellen auf oberster ebene das nenne ich ui und in diesem package erstelle ich mir zuerst meinen view holder noch mal zur erinnerung recycler view ist dieses android user interface element in dem wir strukturiert informationen viele gleich aufgebaute informationen anzeigen können so eine alternative zum list view die ein bisschen flexibler ist die unterschiedliche layout manager unterstützt und die wir an ganz vielen stellen verwenden das ist das user interface element das verwendet für die einzelnen einträge ein layout das wir in xml definiert haben das ist dieses card view was ich ihnen mit den beiden text views gerade gezeigt habe damit das ganze funktioniert brauchen wir einen adapter der adapter ist die java klasse die die daten die in diesem recycler view angezeigt werden verwaltet und weiter gibt an den angeschlossenen view das adapter konzept was wir auch an ganz vielen anderen stellen schon kennengelernt haben und der recycler adapter der funktioniert so dass er nicht direkt die views zurückgibt die in dem recycler view angezeigt werden sollen sondern view holder zurückgibt und die verwalten noch mal wenn sie sich das so vorstellen möchten einen einzelnen eintrag innerhalb dieses recycler views also zwei klassen die wir jetzt brauchen adapter da wird irgendwie eine araylist aus mensa dishes gehalten und an einen recycler view angeknüpft und den view holder als die klasse die vorlage für die objekte die dieser recycler adapter dann an den angeschlossenen recycler view weiter gibt fangen wir mit dem zweiten an mit dem view holder weil das ist eine voraus den der wird in dem adapter verwendet das heißt wir brauchen erst den view holder damit wir den adapter implementieren können und diesen view holder den nenne ich jetzt einfach mensa data view holder weil da kannst du vielleicht sogar mensa dish view holder nennen wenn wir das wollen das ist ein view holder für eins dieser objekte und der erbt von der klasse recycler view punkt view holder recycler view ist diese komponente in der klasse recycler view finden sich die ganzen verschiedenen ja verschiedenen unterklassen und listener und interfaces die man so braucht um das ganze zu implementieren unter anderem diesen view holder und damit wir den richtig implementieren brauchen wir noch einen konstruktor der dafür gesorgt dass wir dann einen solchen view holder auch innerhalb unseres adapters später implementieren können in dem konstruktor oder dem konstruktor übergeben wir immer einen view den wir in dem adapter dann auf der basis von diesem card view layout schon erstellt haben also der view der view holder bekommt schon ein fertiges view immer übergeben im konstruktor dass er dann verwaltet also es ist nun eine kapselung um diesen view und eine möglichkeit für uns in diesem view holder dann bei bedarf auch die informationen die da gerade angezeigt werden zu aktualisieren also das ist ein wrapper um ein fertiges view was im recycler view angezeigt werden soll das bekommt der schon mit und eine sache die sie in so einem view holder häufig machen ist im konstruktor sich vielleicht schon mal aus diesem view den sie da übergeben bekommen also irgendwas was auf der basis von dieser xml datei später im adapter generiert wird die einzelnen elemente in instanz variablen zu speichern damit sie dann wenn dieser view holder irgendwann mal aktualisiert werden soll schneller darauf zugreifen können die nicht immer neu selektieren müssen aus diesem view das machen wir jetzt mal ich erstelle in diesem view holder zwei variablen eine für die kategorie kategorie text und eine für den namen des gerichts das sind beides text views die in diesem view den der view holder verwaltet drin stehen und die hole ich mir in meinem konstruktor in die entsprechenden variablen indem ich auf das view zugreife dass dieser view holder verwalten soll die fein view bei die methode aufrufe und jetzt mal nachschaue in diesem layout das heißt text text dish category und das heißt text dish name und die beiden werte verwende ich hier an dieser stelle um erstmal das hier zu importieren und dann auf die entsprechenden einträge zuzugreifen so dann haben wir in unserem view holder diese beiden text views und damit wir später informationen in diesen elementen ein schreiben können oder eintragen können in diesem view die aus einem mensa dish objekt kommen schreibe ich mir noch eine zweite methode eine öffentliche methode die nenne ich zum beispiel bind view die bekommt ein mensa dish objekt übergeben und was soll die tun die soll die informationen die in diesem objekt drin stehen in dem view dass dieser view holder verwaltet eintragen das heißt ich greife auf die ui elemente zu die ich mir im konstruktor gemerkt habe zum beispiel dish category text set text und sage dass ich aus dem mensa dish objekt gerne die kategorie hätte und da haben wir am freitag so einen label ergänzt da wird dann hauptgericht beilage oder dessert bei rauskommen und aus dem auf dem dish name text diesem text view was den namen des gerichts anzeigt trage ich ein das was ich in dem übergebenen mensa dish objekt einfach als name finde und das war schon also dieser view holder ist super einfach der hat keine interaktion der speichert nur oder verwaltet nur dieses auf dem xml basiert erstellte view mit zwei text views für name und kategorie der speise und hat eine öffentliche funktion die wir im adapter jetzt gleich aufrufen werden um diese sachen dann auch anzuzeigen und der adapter der ist fast noch einfacher weil wir da eigentlich nur die existierenden methoden jetzt oder die methoden die wir durch erben von dem entsprechenden basis recycler adapter haben aufrufen müssen überschreiben müssen und leicht anpassen müssen aber da ist auch weil wir keine interaktion in dieser anwendung mit dem recycler view haben relativ wenig los ich erstelle in dem user interface package nochmal einen eine neue klasse die nenne ich mensa dish adapter das ist jetzt der adapter für mensa dish elemente und den lasse ich erben von extens in der adapter klasse aus der recycler view klasse und muss jetzt als typ für diesen adapter angeben was für view holder der bereitstellt und erstellt die mensa dish view holder bereit die wir gerade eben in der anderen klasse implementiert haben dann sagt uns android studio dass wir eine ganze menge von methoden implementieren müssen und die müssen wir jetzt der reihe nach abarbeiten bevor wir das machen nehmen wir noch eine weitere eigenschaft in diesen adapter auf der soll nämlich eine list haben mensa dish objekten current menu und das sind die ausgewählten speisen die aktuell angezeigt werden sollen und damit wir das hin und her wechseln können also damit wir diesem adapter sagen können zeig jetzt bitte die sachen für montag an oder für dienstag je nachdem was gerade ausgewählt ist schreiben wir uns noch eine methode public void set menu die eine solche list übergeben bekommt die aktuelle er ist mit diesem wert über schreibt und am ende die notify data set change methode aufruft also wir verwalten in diesem adapter diese er ist seine eigene er ist nicht die standard er ist die sondern adapter hat wir haben eine öffentliche methode mit der wir diese liste die dieser adapter verwaltet austauschen können das machen wir deshalb weil wir immer in dem recycler view dieses sub-set was wir aus dem provider ziehen anzeigen möchten und wenn wir das machen sagen wir dem adapter das kennen sie eine inhalte haben sich geändert damit die angeschlossenen views diese information dann auch neu anfordern jetzt überschreiben wir diese ganzen methoden die so einen adapter haben bei get item count geben wir immer zurück wie viele einträge gerade in dieser area list drinstehen dann wissen die angeschlossen oder weiß der angeschlossene view ich muss so und so viele elemente anfordern wenn die on create view holder methode aufgerufen wird ist das für uns die aufgabe einen solchen neuen view holder zu erstellen und dazu erstellen wir uns zuerst das passende view also der view holder der kapselt ihr ein user interface element ein view den wir an dieser stelle erstellen in dem wir ein layout inflaten wir holen uns den kontext von dem von der app beziehungsweise von der activity die diesen recycler view erstellt hat er diesen adapter erstellt hat wir muss sich kurz überlegen inflaten dann das layout das ich vorbereitet habe dazu greifen wir auf die layout das falsche importiert möchte die klasse importieren damit ich dann auf kartisch item zugreifen kann das ist diese xml datei die ich vorbereitet habe um so einen einzelnen eintrag abzubilden dann sage ich dass das ganze in dieser parent view group also in dem übergeordneten user interface unter dem übergeordneten user interface zugeordnet werden soll und ich sage mit dem letzten attribut dass es nicht zu dem wurzel moden von unserem user interface zugeordnet werden soll das ist aber gar nicht so wichtig wichtig ist einfach nur dass ich erstmal dieses view erstelle auf der basis der xml datei für einen einzelnen eintrag meines meiner recycler view und dann gebe ich zurück einen neuen mensa dish view holder indem ich im konstruktor dieses view übergebe was ich an der stelle aus der xml datei inflated habe und dann wird hier ein solcher ein solcher neues ein solcher neuer view holder erzeugt und steht bereit um konkrete informationen aus dieser liste anzuzeigen und wie mache ich das das hier wird einmal ausgeführt wenn die view holder erzeugt werden und mein view holder wird immer dann aufgerufen wenn die angeschlossenen recycler views für eine bestimmte stelle für eine bestimmte position die hier als parameter übergeben wird einen neuen view bekommen möchten und was ich jetzt mache ist ich suche aus der liste raus mensa dish dish ist gleich current menu.get position welches gericht soll dann angezeigt werden ich weiß das hier ist der holder der an dieser stelle oder für diese stelle schon existiert weil im vorfeld die on create view holder methode aufgerufen wird und dem gebe ich jetzt den auftrag genau dieses gericht mit seiner kategorie und seinem namen anzuzeigen und dazu habe ich ja die entsprechende by in view methode schon erstellt der ich jetzt einfach nur noch diesen eintrag aus meiner area liste übergebe und dann holt er oder nimmt der view holder der an dieser stelle gefragt ist die informationen aus dem mensa dish object und trägt die im user interface ein und das war's also viel mehr muss sich an dieser stelle gar nicht tun deshalb nicht weil unsere app relativ interaktionslos ist das heißt da passiert in den adaptern erst mal oder in den recycler view erst mal nichts außer dass informationen angezeigt werden was jetzt noch übrig bleibt ist in dem in der activity selber adapter und recycler view zu initialisieren beziehungsweise zu holen ich brauche den mensa dish adapter auf oberster ebene weil ich dem ja regelmäßig neue informationen geben muss ich muss in dem in der init ui methode haben wir es jetzt mal hier unten das sollte man vielleicht noch ein bisschen schöner aufräumen aber erstmal nur damit wir sehen dass das ganze funktioniert wir holen uns ein recycler view nämlich den in dem wir diese ganzen informationen anzeigen möchten view for current menu dieser recycler view hier in der mitte in der immer für den ausgewählten wochentag die informationen angezeigt werden sollen den holen wir uns in unseren code in dem wir über die fine view bei id methode das richtige element auswählen dann erstellen wir unseren adapter dann sagen wir in dem view dass er diesen adapter verwenden soll und damit ist die initialisierung von recycler view und adapter abgeschlossen und uns bleibt eigentlich nur noch zu tun hier in dieser show menu for day methode unserem adapter zu sagen dass er jetzt das angezeigte menü wechseln soll zu dem was wir beim klick auf einen dieser tabs aus dem provider ausgelesen haben wir mal aus ob das funktioniert hat nicht ganz wo haben wir einen fehler gemacht ein ganz klassischer fehler in unserem adapter diese geld item count methode wird aufgerufen bevor hier dieses current menu initialisiert ist das heißt wir haben diese set menu methode noch nicht aufgerufen aber der recycler view fragt schon mal an ob wir nicht irgendwelche einträge haben und wir können das einfach lösen indem wir vielleicht einen konstruktor ergänzen einen leeren und in dem hier schon mal die er liste initialisieren so dass da keine einträge drin sind dann kriegt der recycler view die information mit im adapter sind noch keine daten vorhanden da gibt es nichts anzuzeigen und jetzt sind zumindest keine fehler mehr drin im code jetzt warten wir kurz ab weil wir ja noch nicht wissen ob die daten auf dem server vorliegen das ist jetzt hier der fall und jetzt tragen wir mal gehen wir mal in den dienstag rein und dann sehen sie dass hier diese informationen angezeigt werden das heißt wir können jetzt unsere mensa speisepläne anzeigen in oder durch den klick auf diese entsprechenden tabs am donnerstag steht nichts drin weil der feiertag ist das sollte jetzt erstmal wieder gewesen sein wir sind nicht ganz fertig ich sag ihnen mal ganz kurz was wir noch tun müssten aber das schauen sich dann vielleicht in dem lösungsvorschlag an oder machen das selber noch also dinge die jetzt noch nicht so super funktionieren wenn die app startet wird erstmal nichts angezeigt das ist blöd eine leere app anzeigen ist keine gute idee was sie machen müssten wäre herausfinden welchen wochentag haben wir denn gerade und wenn sie wissen welchen wochentag sie haben dann initial die informationen die für diesen wochentag notwendig sind anzuzeigen das heißt den richtigen wochentag im tab auswählen und dann auch entsprechend die speiseplandaten vom provider beziehen und dort anzeigen was auch noch nicht da ist sind so ein paar fehler kontrollen also was machen sie wenn vielleicht tatsächlich keine informationen vom server eingegangen sind was zeigen sie dann vielleicht im user interface an wie fangen sie diese fehler situation vielleicht auch im code ab und was auch noch nicht drin ist was aber auch in dem lösungsvorschlag nicht drin ist ist das zwischenspeichern von diesen informationen also in dieser anwendung würde es durchaus sinn ergeben die informationen die vom server kommen vielleicht abzuspeichern lokal irgendwo die ändern sich nämlich nicht also die ändern sich jede woche einmal weil da der aktuelle speiseplan angepasst wird aber sie bräuchten nicht theoretisch jedes mal diese internetverbindung und die abfrage um die speiseplandaten zu aktualisieren wenn sie heute und morgen die app starten werden die gleichen daten angezeigt das heißt da vielleicht irgendwie so ein fallback einzubauen wenn keine internetverbindung da ist wer nicht nur relativ leicht sondern wahrscheinlich auch sehr nützlich weil die informationen eben relativ lange valide bleiben und sie dementsprechend dann auch mit zwischengespeicherten antworten des servers arbeiten können das machen wir jetzt aber nicht mehr ich danke ihnen für die aufmerksamkeit für diejenigen die sich das im video angeschaut haben auch noch mal an sie schön dass sie sich es angeschaut haben ich stelle dann ja auch im anschluss das ganze noch mal auf youtube bereit und wir sehen uns dann beim nächsten stream wieder müssen wir vielleicht noch mal im discord uns unterhalten ob wir das am freitag oder wieder am montag machen am donnerstag ja feiertag ist sie dann auch die lernmaterialien wieder einen tag später bekommen und da beschäftigen wir uns dann aber wieder mit einem neuen thema nämlich das erste mal mit der nutzung von kamera anderen medienaufnahmegeräten in unseren android apps bis dahin vielen dank für die aufmerksamkeit nochmal haben sie eine schöne zeit und auf wiedersehen